hallo meine freunde herzlich willkommen zu meinem ersten let's play und da habe ich schon gedacht fangen wir mit call of 2d modern remote street an und ja ich hoffe ich würde es halbwegs gefallen ich kann nicht von vornherein sagen ihr braucht nichts zu erwarten und deswegen hoffentlich findet man eine ordentliche lobby dass ich mich nicht allzu sehr blamiere und dann würde ich sagen starten wir mal ausgerüstet habe ich die m4 karabiner mit rot punkt schön digital schwarz-weiße mabra tarnung und den joker als fadenkreuz sekundär habe ich die pistol usb 45 zwei claimer locker easy und sind die gornhaut würde ich sagen fangen wir mal an jetzt bestimmt wieder irgendwo reingejoint locker easy gerade erst angefangen hier runter ja moin ja das war doch ganz in ordnung für den anfang diese map finde ich einfach nur eine katastrophe die leute und weißt du das meine ich so gerade wie eben das habe ich halt immer dabei aber mich stört sich solange es doch spaß macht habe ich damit überhaupt kein problem und wenn es euch nicht gefällt ihr müsst mich ja nicht ihr müsst mir ja nicht abonnieren oder mich einschalten und daher ist es euch überlassen schon mal wieder aufklärungs drohne das ist schon mal gut kommt gleich einer oha nein scheiße naja aiming und oder präzif am boss habe ich nicht am stadt sieht jungen aber bis jetzt verkaufe ich mich noch gar nicht so schlecht kurz erwarten bis sie kommen der kämpft da immer noch meine güte jungen w w w w unsere drone ist einsatzbereit unsere drone ist einsatzbereit von wo? oh junge das ist echt unglaublich diese scheiß das ist Ach komm schon. Na ja, erste Runde wenigstens gewonnen, KD auch ganz okay, es war ganz schön viele Kids gefressen, geschluckt, aber positive KD ist immer gut. Und da würde ich sagen, war es das schon mit meinem ersten Video. Auf jeden Fall wird dann die Tage noch ein kleines Vorstellungsvideo kommen über mich, wie ich zu dem Namen gekommen bin, wie ich auf die Idee gekommen bin, YouTube zu machen, was für Games kommen werden, auf was ich mich spezialisieren werde. Und seid gespannt und dann sage ich, macht's gut, euer Gorilla.